was geht ab Leute hier ist Beatrice mal wieder zurück nach sehr langer Zeit mit einem neuen Vlog heute muss ich euch einfach zu einem sehr beliebten Konzert mitnehmen von einer super Künstlerin und zwar iLiva Konzert sie ist gerade auf Tour durch verschiedene Städte und natürlich auch meine Stadt ich musste einfach dahin ihre Lieder sind einfach so toll und sie auch deshalb müssen wir sie einfach live erleben ich brauche auf jeden Fall schon fast eine Stunde dahin also es wird schon ein bisschen knapp wäre es jetzt ein Stehplatz oder so dann auf jeden Fall wäre ich so einfach gestern da gewesen schon das Ticket habe ich auch sehr kurzfristig gekauft also so vor zwei Wochen einfach das war auch spontan aber ich weiß wie man sagt die besten Sachen entstehen spontan also let's go Leute wir sind gerade hier eingetroffen ich bin mit dem Zug bisher gekommen und ich wusste nicht wohin in welche Richtung aber natürlich wenn du den Weg nicht kennst was machst du du gehst einfach nach der Menschenmenge also habe ich eine Mädchengruppe gesehen und direkt einfach verfolgt ich würde sagen es ist der richtige Weg oder schon und jetzt laufen wir einfach hinterher ich hoffe natürlich die kidnappen mich nicht oder so stellt euch vor aber nein denke ich nicht okay schauen wir mal Leute ich glaube iLiva droppt einfach gerade auf dem Dach und wir hier so wie Ameisen einfach am laufen läuft bei ihr auf jeden Fall aber wirft mir mal eine Münze oder so okay Leute das sieht gut aus auf jeden Fall wir haben es gefunden ich bin richtig pünktlich gekommen aber natürlich andere überpünktlich ich bin richtig gut aus auf jeden Fall ja danke 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 schön fuck ich bin so kurz am überlegen oha Leute es ist Zeit unsere Plätze zu finden schauen wir mal wo die sind auf jeden Fall was habe ich gekriegt hier so ein Armband eigentlich ich dachte mir man bekommt so welche Licht Armbänder haben die gesagt ich glaube für München gibt es einfach keine schauen wir mal Leute, ich bin offiziell lost, aber schaut einfach die Aussicht. So Leute, wir sind eingetroffen, auf jeden Fall Platz gefunden. Hat natürlich noch nicht angefangen, aber auf jeden Fall ist schon sehr, sehr viel los. Ich denke auf jeden Fall alle werden bis jetzt sein. Dafür gibt es noch nicht so viele Bereiche, es gibt noch keine Abenteuerung, Ich denke hier in die Technik wie ich mache und auf jeden Fall etwas flest. Ich denke hier um guter Film. Ich denke hier um dich zu, sind wir ganz schön zu sein. Das ist meine Lebenszeit, ich bin mir nicht der Fall, ich bin echten. Und dann wünsch ich noch, weil ich spiele auch. Zeig mir, dass du siehst, wie siehst du auch. Einen schönen Abend und eine Löffelkarte. Ich freue mich. Freut ihr euch auch? Ich freue mich. Ich glaubte nur, dass du siehst. Menschen! Du meinst ja nur! Ich bin! 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 Wann, wann! Wann, wann! ... ... Es ist komisch weil keine erste Liebe war es Und jetzt bin ich mir nicht einmal mehr sicher, ob wir uns die Leben eines übersehen werden. Ich wollte alles an dir vermissen, aber ich weiß, wir sind jetzt auch Menschen oben einmal. Und ich will dich oben sehen, wie du sonst strahlen und auch glücklich werden willst. Und ich will dich für mich nicht vermischen. Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Und ich möchte, dass ihr jedes einzelne Licht, für euch, ich weiß nicht, wer es gerade darf zu hören, aber genau für euch, als Hoffnung spielt, egal was ihr gerade durchmacht, da ist so viel Hoffnung geblieben. Und ich möchte, dass wenn ihr hier unten draußen seid, irgendwo abends, und ihr kommt in den Himmel, dann sind diese Sterne, weil ich dachte, das waren die Riesenbewegungen. Heute Sterne einfach, oh mein Gott, egal was euch passiert ist, ich bin auch eine Sterne einfach. Ich will euch eine Geschichte erzählen, über meine Geschichte, aber sie geht so. Ich würde es nicht sagen, es geht so. Sieg ein weißes Auto, dich im weißen Helm, wie du mir einen Antrag hast, mit dem wir anpacken, unsere Liebe haben. Und zwar weiß es auch noch, aber ich denke, meine Backpiece, aber ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, wie du mir einen Bogen kannst du sagen. Wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, du glaubst, du glaubst, du glaubst, du denkst, du wafer dass du auch bist, du glaubst, du glaubst, du glaubst, I love you Sog schon immer noch nicht im Kopf schlürt Im Kopfhörst, wie wir sie nicht haben Wir sind die Duos angetakt, wie wir sie verraten Wenn ich die Weise nicht trop hatte, dass ich mich nicht auf der Erde viel schlug Ich kommt nicht mit der Grund, dass ich, dass ich nicht mit dem Kopf habe, dass ich meine Mutter auch nicht schlüpfe und dass ich es nicht meine Liebe Die Liebe kommt immer unerwartet. Sie kommt mit einem Rechnen und umarmt dich so wahr, wie es dir noch nie zuvor werden konnte. Wir verliehen uns in diese Wärme und in dieses Gefühl so sehr, dass wir uns leider oft selbst vergessen. Die schlaflose Nichte, die Diskussion mit der Hoffnung, um verstanden zu werden und vor allem die Ungewissheit und die wichtigste Frage, die sich dabei stellt. Geht sich je etwas an? Geht sich je etwas an? Geht sich. Geht sich um die Ich bin dran, wenn ich kein Baby Schau dir an, dann fau ich an, wenn das zunächst Und du's mir nie, wo ich mein Baby Ich hab mir nicht gelegt All meine Freunde, sind sie mich an, sie haben Nur er hat mich verriegt, auch wenn das war Du fach die Echte an, schlaf schon, dann nicht lang Was ist, du verzeihst, weißt du nicht, jetzt wäre ich rein Mir, und ich weiß nicht, wohin, denn es war's noch so Ich fühle mich, ich war Wann antwortest du mir bloß? Lass ich dich nie mehr sehen, zu hau'n Oh, 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 oh Geh, 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 geh Du kannst du, schlaf, geh, 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 geh Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Das ist alles schwierig, ich höre gar nichts mehr auf jeden Fall. Aber mach nichts. Wir gehen jetzt ein bisschen in der Mitte, ich habe mich einfach hier Diamond Circle. durchgetrunken. Also so sieht es aus auf jeden Fall von hier. Ja, sieht aus wie ein Schloss, aber egal. Leute, irgendwann, wenn ich schon auf diese Bühne, ich sage es euch ehrlich, Träume werden wahr auf jeden Fall. Dann kommt ihr hier ganz vorne für mich, ja? Oder? Schon. Ich habe im November noch ein Konzert hier, so ich einfach. Ich komme zu Rav Kamora und der performt auch hier. Deshalb freue ich mich auch auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich so vorne sein werde. Schauen wir mal. Leute, jetzt gehen wir mit der Gang nach draußen. Einfach nach der Menschenmenge wieder. Okay Leute, ich wollte die andere Richtung gehen, aber anscheinend gehen alle die Richtung, so Bratina sie alle in Rot unterwegs. So, ich hatte kein Rot, deshalb all black everything. Aber Leute, kennt man sie, oder nicht? Leute, ich hatte mich einfach im Kreis gedreht, so. Also, eigentlich musste ich mal ein Trepp in Hochstein. Was passiert? Haben wir jetzt jemand gesehen? Mero oder so? Nein? Ich weiß nicht, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir sind richtig auf jeden Fall. Leute auf der Suche nach Heiliva, wie alle. Ich und meine Freunde. Auf jeden Fall. Oh, ich bin mit denen alle zusammengekommen. Ihr wisst Bescheid. Hat jemand so einen Kompass oder so? Damit ich einfach nach Norden gehen kann, weil ich weiß nicht wo, also keine Ahnung. Es sind einfach überall Menschen. Die gehen in verschiedene Richtungen. So, I don't know. So Richtung Horizont, glaube ich. Ich schau mal. Ich schau auch. Ihr schaut einfach, was ich mir genommen habe. Ein paar Gefangenen natürlich, weil man nennt mich auch Michael Jordan. Zu dem Konzert. Es war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich kannte jetzt ein paar Lieder nicht. Aber die, die ich kannte, boah, auswendig einfach. Und ich hatte auch einen richtig keinen Platz. Deshalb. Das war echt toll. Leute, diese Mädels hinter mir lachen einfach über jemanden, wie die getanzt hat und so. Das macht man nicht. Das ist nicht schön. Jeder tanzt einfach, wie der fühlt. Nicht jeder hat den Talent einfach dafür. Ist okay auch. Nicht jeder kann das machen. Aber trotzdem, lasst sie einfach Spaß haben bei der Sache, wenn es ihnen gefällt. Leute sind heutzutage sehr, sehr unfreundlich. Sehr, sehr böse auch. Soll man einfach ignorieren, wenn man hört. Seid einfach gut für euch selbst. Und ignoriert einfach die Haters. Weil die werden immer da sein. Also, just ignore it. Leute, Mission Impossible. Schaut wo ich bin einfach. Ich will den Berg runter springen. Oder Schlitten. Hat jemand einen Schlitten? Oder Skiso? Okay, also es ist dunkel. Ich sehe gar nichts. Also Gott, bitte beschützt mich. Oh, die Brie ist alle. Mit Autos. Alle im Stau. Gut, dass ich mit Zug gekommen bin. Zug gefahren bin. Boah, wir haben es geschafft einfach. Oh mein Gott. Leute, ich habe einfach TikToks gemacht. Es war schon sehr cringe, muss ich schon sagen. Nicht schlimm, ne? Also ich weiß nicht, aber hinter mir einfach. Ganze TikTok drauf. Aber alles gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt mir gerne, auf welchen Konzert wir noch hingehen sollen. Jetzt gehe ich zum Zug von Hause. Natürlich ist es spät in der Nacht. Also wir sehen uns beim nächsten Video. Betty grüßt euch. Tschüss. What the fuck?